Hallo ihr Affen, heute zeige ich euch wie man eine Flagge durchbringt wenn man nur noch 15 Sekunden zu spielen hat und S2 zu 2 steht. Also, das hier ist Mustafa, ihr schaut Losthafen dem Dummlo der nur ohne Soz gibt beim Laufen zu und habt ein Saschpafen weil ihr Realskill habt. Als erstes müsst ihr eure Matis Team killen, weil nur der Boftskrunk innerhalb von 15 Sekunden noch eine Flagge durchbringen kann. Also gebt ihr früher einen Kopfschuss und Losthafen bekommt auch noch einen ins Gesicht. Ihr seht, dass dort ein Park liegt und zerstört es mit einem Thermal-Detonator. Dann wechselt ihr nochmal auf Snipper, weil wegen Baum. Ihr rennt los und dreht eure Maus. Jetzt fühlt ihr euch mächtig und euer Penis wächst um 5 Millimeter. Dann schaltet sich Leakning der Sachsenloh selbst aus und ihr punktet eher sie und gewinnt die MAP. OMG Skrunk hat Balz aus Stahl und er teacht euch Autoply.